wir sind immer noch zu hoch wir sind immer noch auf 24 24 sind wir immer noch alter Kiech ich bin jetzt bis so hoch ich bin jetzt gerade auf 13 13 bist du also hier aus ich bin ist FDF bin ich jetzt sie können wir gerade so noch irgendwie Diamanten finden ja da bin ich gerade da wollen ich bin gerade vor dir ich nehme gerade das Rest und ja ich baut hier noch ein bisschen Eisen ab boah alter ja wenn ich wenn wir Diamant finden ja als allererstes hier zurückkommen hier ist genug Obsidian geht's da unten weiter Nordrilli oder scheiße hier geht's auch nicht weiter aber hier ist massenhaft Obsidian ey und ein bisschen Kohle ja es gibt es der einzige Weg hoch und den gehe ich jetzt mal okay dann geht ihm mal ich baue hier unten noch ein bisschen Rohstoffe ab ja ich habe einen Diamanten gefunden wo nee Spaß schade ich dachte jetzt mal im Ernst ich habe wirklich keinen gefunden wäre zwar geil gewesen aber ist leider nicht so was ich gefunden habe ist wieder massenhaft Kohle wieder so ein richtiges Nest das braucht doch keiner und ein bisschen Eisen hier geht's erstmal was essen ja hier geht's bloß wieder richtig weit hoch das bringt dann zwar nicht viel ich habe aber trotzdem die vermutung dass wir in dieser Höhle noch irgendwo Diamanten finden Problem ist bloß ich habe das Gefühl gerade wo ich hier abbaue bin ich genau neben der Höhle weil ich höre neben mir die Zombies jauchzen und streuzeln nur als ob die sich gerade einen runterholen ich höre die auch genau vor mir ich grabe jetzt noch ein bisschen weiter Silberfisch ich hasse diese Viecher Skelett das habe ich kein einziges mal angeschossen ich habe es umgebracht also ich habe hier Gras nicht hier geht es nochmal tief runter erst hoch und dann nochmal richtig tief runter ich bin jetzt schon wieder auf so 13 ich habe was ich habe was gefunden oh nee nee da kamen wir her schade aber der Creeper hat gerade also ich bin der Creeper hat gerade freigesprengt wo du bist ich habe jetzt eine Verbindung zu dir ich bin hoch um bei dir anzukommen ganz kurz Moment ich muss ja ich muss ganz kurz was Kraften Kürtel ich bin hier hoch Kürtel das ist jetzt aber ganz kurz ergeben das ist das wieder runter und hier angekommen ganz kurz Moment wir brauchen jetzt mal ganz kurz zwei Dinge nämlich in Ofen und so die Sohoz vorüber geht aber ich brauche neue Spitzhacke also neuer Eisenscheiß dann brauchen wir erst mal hier noch eine Fackel hin würde ich sagen ja ich glaube in der Höhle ist nicht mehr so viel zu sehen ach komm in der Höhle müssen einfach irgendwo was sein das habe ich so im Urin äh lecker so boah ich brauche jetzt nur noch ganz kurz mal ein Eisen nice dann kann ich mir jetzt nämlich wieder eine Spitzhacke craften ging es da oben noch weiter bei dir Max du bist von einer Spinne getötet worden um 17 Uhr 30 wo steht das auf meinem Server also Max pass mal hier an diese da pass mal da bitte auf ja mh da war ich schon überall Rolly was so auch ganz da oben da geht es noch weiter ja ich war da ganz da oben und auch so wie ich bin ich bin hier erler nicht da geht es weiter von oben kam ich gerade da bin ich so doch gekommen ich hab hier nicht ausgeleuchtet weiß ich bin da vor der Kieber direkt weg gesprengt ja ich erinnere mich guck ich war mal ganz kurz was sie jetzt mal ein bisschen Kohle und so alles Olli guck hier ich bin vor uns hier bei der Lauer entlang hoch er hat ja ich weiß ich habe durchgesagt hatten und dann hier ist bloß durch Zufall weil der Krieger das gesprengt hat habe ich gesehen dass da zu dir weiter ging es ist ja noch ein bisschen Eisen über dir guck mal das war ja auch vorher in der Haupttülle und so weiter war gar nichts mehr weiter los ich denke wir sind langsam mal durch mit da jetzt ist er in dieser in diesem Riesen Schlitz in dieser Riesen Vagina nenne ich das jetzt mal etwas wohl eher das aber noch so aus als ob es weitergeht also da gibt es noch einiges wo wir lang gehen das war jetzt nur eine von dem Problem ist bloß höher brauchen wir nicht mehr zu gehen ich weiß schon das ist genau die Höhe wo eigentlich Diamanten sind jetzt sind wir schon wieder zu hoch ja die sind auch nur sautief zu finden ich glaube wir müssten mal rausgehen und mal eine andere Höhle versuchen ne die erkunden wir jetzt erstmal bis zum letzten und wenn dann wirklich nichts ist dann wir wollen unsere Ressourcen nehmen die mit zu unserem Haus wenn wir bis dorthin erstmal kommen und dann ja ich laufe gerade mal ein bisschen durch die Gegend mal sehen wo ich hinkomme ja ich baue halt immer noch ein bisschen Kohle ab ey damit ohne Spaß ja wir haben so viel Kohle einfach nur ja aber wir müssen uns jetzt mal übrigens mal eine Hitliste ausdenken also eines der Ziel ist auf jeden Fall in der normalen Welt eine Villa oder zumindest was willst du haben eine Burg oder eine Villa ich bin für eine Burg ne ne Burg Burg ist leichter zu bauen ich weiß ich mag dieses Design von okay wir sind unter dem Meer mit dieser Hülle ich hab mich gerade mal hochgebaut du hast gerade hochgebrochen wunderbar nein 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 das ist ein Witz das ist ein Witz ich hab alles verloren alles inklusive Redstone alles alles was ich gesammelt hatte alles Eisen Rüstung alles ich hab nix mehr bist du wohl in Lava getrunken ja ich und ich als die Rohstoff Hure ey wie hast denn du das gemacht pass auf ich wollte mich grad ein bisschen weiter nach unten graben um zu gucken ob da äh was ist und da bin ich da war da auf einmal unter mir Lava ja man soll da ein bisschen vorsorschulich sein es ist so lachhaft und das Schlimme ist ich konnte mich nicht mehr mehr aus diesem einen Lava Loch rausbauen boah jetzt ich hab grad voll das Déjà-vu ey das ist jetzt schlecht wir haben gar nix mehr wir haben kein Eisen mehr wir haben im Prinzip na gut Kohle ist nicht ganz so schlimm aber wir haben so viel weniger Eisen was denn Schätzle was meinst du denn boah Schätzle bitte nö ich komm jetzt ja gleich na gut ich würd mal sagen dann mit diesem Debrich Schluss verabschieden wir uns für euch von heute war ja na gut dann haut rein Leute ciao zähl an hallo Freunde willkommen zu Let's Play Minecraft Season 2 immer noch auf dem verkackten Buggy Server vom Max 1 508 und wie ihr da jetzt sicherlich in der letzten Folge mitbekommen habt haben wir ja die Folge im Prinzip aus Frust beendet weil naja jetzt nicht wegen Baum sondern weil ich ja mit ungefähr als ich als ähm Ressource Hure nein weil ich als Ressource Hure einfach mal abgekratzt bin ja was wir hier was ich verloren habe war ungefähr die Arbeit von knapp anderthalb Stunden bis 2 kommst du kurz hoch zur Base Max oder zu welcher Base du meinst oben in unserem Haus ne ne zu der anderen Base in der Höhle ja ich bin schon wieder oben am Haus gut dann komm ich jetzt auch gleich oder wir gucken mal nach einer anderen Höhle ja das will ich ja machen aber da brauche ich ja ganz kurz deine Hilfe weil wir noch einen wobei ne es könnte sein dass alles in mein Inventar reinpasst crafte mal oben noch ein paar Sachen ne ich denke das können wir später holen da unten ne ne weil wir haben da so viel Kohle und ich habe ja alle Fackeln ich weiß sozusagen der Typ mit den Fackeln ja ok also Max gute Nachricht wir haben noch zwei Redstone aber den Rest haben wir ja richtig ich habe kein Holz das kann ich beisteuern aber den Brennofen habe ich jetzt noch hier und kann den nicht abbauen oh die die Kisten musst du dann mal selber craften ok kann ich na Kisten habe ich hier alles es dauert halt nur ein bisschen lange den ganzen Scheiß abzubauen weil ich einfach nichts habe ach ja Max ich äh ich zockst du in der Aufnahme auch deinem äh Ressourcenpack weil ihr müsst wissen das was der Max drauf hat ja er hat sein eigenes programmiert das zocke ich ja auch gerade und ich muss sagen wirklich äh geniale Arbeit ich habe schon mittlerweile eine neuere Version ich stehe ich ab du die Daten da das auch wieder für äh das äh gute Sache äh 1.8 soll ich auch noch ein paar Fackeln ich nehme noch ein paar Fackeln mit aber übrigens das Resource Pack ist schon seit 10.000 Jahren auf der Triple LP Webseite verlinkt ja ja gute Sache ja ich denke mal nicht dass wir nochmal in die Höhle kommen also gib den Fackeln und schon höre ich ein Skelett hinter mir rumschlawinern ey du bist unter mir ja und ich bin über dir auch geistig na das habe ich nicht gehört ich gehe mal noch ein bisschen auf die Jagd ne ja Moment ich komme jetzt auch noch mit Moment ich bringe noch ganz kurz den ganzen Crap den wir haben übrigens wir haben jetzt genug äh Eisen erstmal für das erste für die gröbsten Sachen ja und da müssen wir dann erstmal auf Ressourcenjagd gehen nachdem ich wie gesagt unseren gröbsten Teil verloren habe leider also falls ihr mich jetzt in den Kommentaren dafür zuflamen wollt ich sag's nochmal wie es sich zugetragen hat ich wollte mich runter bauen auf Ebene 2 bis 3 um da nochmal nach Diamanten zu suchen einfach so im Berg hab aber leider vergessen dass den Stein in den ich mich gerade reingegraben habe ich den genau über Lava geplantet habe da kam eins zum anderen und die Schwerkraft hat gewirkt und ich hab äh fallen down und konnte nicht mal mehr ein Loch bauen um die ganz um mich da raus zu retten damit wenigstens die Sachen wenn ich sterbe nicht in die Lava fallen also ich würd ich würd sagen wir sollten heute mit der Villa anfangen mit welchen äh Materie na gut wir haben jetzt eine Höhle komplett erkundet ja aber keine Tiers halt gefunden ich würde sagen wir nehmen Eichenholz pass auf ich bin ja nicht so der talentierte Bauer was so äh die Häuserstruktur angeht ja die Häuser mach ich du brauchst bloß das Holz beizusteuern ja ne ich wollte sagen jetzt ich kümmere mich mehr um den Keller das heißt ich bin jetzt mal ein bisschen im Keller wieder unterwegs ich bräuchte den Ausbau ich bin jetzt sehr viel Holz dann fange ich schon mal damit an das wäre so nett wenn du das machen kannst weil da kann ich nämlich bauen ja könnte ich könnte ich halt machen aber da muss ja erst mal wie gesagt ähm erstmal hau ich die Kohle in eine rein ja räume erstmal auf und dann holst du Holz ich bin grad am Kuh schlachten wie was willst du Eichenholz Fichtenholz was willst du Eiche okay finde ich sieht am schönsten mit meinem Resource Pack aus okay Boah Alter ich pupse hier die ganze Bude zusammen und die stinken wie scheiße ey das ist voll widerlich was ich pupse die ganze Zeit und die Pupse stinken nach scheiße ey das ist voll schlimm übrigens wir haben wir haben eine Ender Perle hier da ist ein Chicken Evil Chicken sieht man auch in meinem Resource Pack wenn man auf Englisch US gestellt hat ähm die gekochten Hühnchen heißen Evil Chicken weil die so Magenkrämpfe verursachen oder was keine Ahnung ja gut dann bin ich mal jetzt ganz kurz auf Holzjagd äh welche Bäume muss ich da nehmen weil wie müssen die aussehen die müssten sehr helles Holz haben und äh sie müssen sich von Fichten unterscheiden ja wenn ich mal wüsste was eine Fichte ist Fichten sind die die bisschen also wo da so mehrere Schichten sind also da in dem Gefilde was wir hier um und rum alles haben das ist Fichte ich werde erstmal äh ich baue jetzt erstmal was ganz normales ab ich bringe noch ein paar Hähnchen um ich habe jetzt eine Fichte gesammelt die willst du nicht ne? scheiße warum willst du nicht mit Fichte ey da habe ich hier einen ganzen Wald vor der Tür stehen äh Problem ist bloß die Fichte ist viel dunkler in anderen Resource Packs als in meinem ja und? das sieht dann so schwarzklotzig aus na und? finde ich nicht schön nicht schon so aber Fichte wirst du nicht ganz so viel bekommen Eiche meinst du? ja meine ich tja das ist dein Problem ja jetzt habe ich eine Eichel immerhin Eichel? Eichel? Eichel� eichel? Eichel? Eichelteil Thoms Dings Eichelteil vom Dexd sind es hatte keinen grins tieferen sind ja bloß nicht auf solche komischen Ideen wird ich doch nicht kommen nein die ähnlich der Egal Maximus ist er wieder über was die Nieren zu sagen weil sich die Zuschauer wieder und schalten wie die letzte Folge ungefähr schon zehnmal ab zehnmal eine Folge abschalten er hat auch noch nicht hingekriegt